Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Amazon. Heute spielen wir ja noch eine Fortnite. Kann man ja nicht anders, ne? Und ich muss mal sagen... Wir landen in den... ähm... Zählen, okay? Die Kabine... Der heißt Fortnite-Finder. Ey, komm mal... Ey, komm mal Tidit kurz. Komm Tidit. Ja, stimmt. Die Nerven. Ey, komm mal Tidit. Hab einen genug. Hab einen. Hab einen. Hab einen. Hab einen. Hab einen. Das war so ein Loob, Alter. Und noch... Direkt bin gelandet. Da kam einer, wollte mich mit Spitzhacke killen, Alter. Ich will nie, lass mal. Ja, sowas. Belge noch immer. Und noch mal, weiß ich nicht. Ich will noch mal, also. Und dann, was? Und dann, wo was ich hier mal drauf? Wie? Wir haben was es. Na, wo was ich hier? Wie schnell war der denn bitte? Digga! Ich bin da richtig fix hier. Ey, schick dir mal kurz ein Party, okay? Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, hallo. Ja? Ja, kannst du mich hören? Ja, kannst du mich hören? Ja. Boah Junge ey. Auf jeden Fall Leute, ja, das ist nochmal euer Fortnite-Account. Hier werde ich tagtäglich auf Fortnite-Videos drehen und so und abonniert mich und kostenlos ein Abo da lassen würde ich mich sehr freuen. Und ja. Auf jeden Fall, schreibt mir in die Kommentare euer Fortnite-Name, wenn ihr mal mit mir zocken wollt oder so. Und ja. Ja. Auf jeden Fall, der Modus ist ein bisschen chilliger, der ist nicht so aggressiv. Und ja. Und ja. Ich würde mich freuen. Hallo? Das war. Ja. 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 Und ja. Okay. Ok, Leute, ähm, der Sturm kommt. Die Sturm, der Sturm, der Sturm, der Sturm. Untertitelung. BR 2018 Nice. ... 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 Wurzeln also ich habe vor Bruder damit der Gegner euch nicht also den Sofort und vor allem also ich höre die richtige Städte von Leute für man sagen ich bin ein bisschen geschehen also mir kann es nicht passieren wegen der sohn welchen aus heute aus dem Monat da sieht man schon ein bisschen dass sie vielleicht jemand ist auch die Leute hier gehen ja Leute da sind geht noch ok schade leute wenn ich hier hätte ich was zu kommen und wenn ich mir immer kurz meine Laufkriege hier Das war's für heute. Ok Leute, wie hieß ich? Papa! Also den Kill hätte ich fast bekommen. Jo, Leute. Das ist schon. Ciao. Jo. Ja, Leute. Das sind immer wieder die Zuschauer, die immer wieder reinkommen und so. Ja. Der ist aber auch. Oh Leute, besser. Ja. Ok Leute. Ist egal. Auf jeden Fall Leute, wenn ihr es nicht wisst, ich bin PS4 Spieler. Ne, ich mein ähm. Oh, das bin ich wegen ähm. PS4 Spieler. Und ich glaube, das macht nur noch. Und ich geh mal wieder an. Hallo? Hallo? Ja, ich weiß nicht. Ich bin live. Auf YouTube. Ich hab mal mal Link. Ist das überhaupt sehr gut? ja natürlich und wenn es nicht mehr immer action doch ich hab's dir bis hier ok schon mal guten jacke wer habe ich heute 90 und habe ich auch schon mal ein babalut die die nämlich 2 1 2 2 2 2 3 3 2 es ist und und noch die sich nicht ankommen Und drei. Das war's. Ciao.